Ich habe hier ein klitzekleines Teilchen, so klein wie eine Ameise. Es ist 5 mm lang, 2,5 mm breit und 0,7 mm dick. Kann dieses kleine Teilchen irgendwas bewegen? Also sagen wir mal, das ist der Krieg, das Leid, die Not auf der Welt. Kann dieses kleine Teilchen, du, ich, kann es irgendetwas dagegen machen? Nein, es ist machtlos. Doch jetzt platzieren wir dieses kleine Teilchen, das bist du. Bis zum nächsten Mal. Erlebe die 20. AZK auf Kla.TV